Der nun folgende Podcast könnte unverlethige Begriffe, Beleidigungen, Schimpfwörter und andere Worte jeglicher Art enthalten, die an ein erwachsenes Publikum gerichtet sind. Zuhörer werden darum gebeten, nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Perfekt unorganisiert, der Podcast ohne Plan. Nun, meine Damen und Herren, folgt der Podcast. Wir haben vieles zu besprechen, aber eigentlich auch gar nichts. Und damit das Ganze funktioniert, wie es funktionieren soll, beginnen wir nun mit einer Vorstellung. Mein Name ist Schrotti. Guten Tag zu Perfekt unorganisiert. An meiner Seite, aber doch nicht stationär vor Ort, sind der Grimm und auch der Kaizo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Und es geht wieder los. Guten Morgen, Vietnam. Da willst du ein einziges verkacktes Mal, weißt du, mal so ein bisschen haben. Wie sagt man das? Normal in die Folge starten. Guten Morgen. Ich bin erst seit einer halben Stunde wach. Hab wieder 15 Kaffee getrunken. Ja, naja. Genau. Ja. Kennen wir es. Kaffee und Kuchen stehen auf dem Tisch. Ja. Du. Du. Kuchen hab ich schon hinter mir. Boah, habt ihr alle gegessen. Ist schön. Ähm. Naja. Ja. Also wollt ihr anfangen, was zu erzählen, weil sonst fang ich nämlich an zu erzählen. Ähm. Mir ist es wurscht. Also gut, also aus gegebenen Anlass. Ich meine, wenn die Folge online ist, wird das jetzt auch schon ein bisschen länger zurückliegen. Aber. Ja, aber das ist egal, weil das ist nicht datumgezogen. Das ist egal, aber. Heute ist nämlich der, heute ist der 10. Juli. Der 10. Juli, ja. Das ist schön, also. Ja. Aber wir haben auch in der letzten Folge gelernt, Kalender können wir. Richtig, wir können Kalender. Ja. Genau, also was am letzten Wochenende passiert ist. Jetzt kommt wieder Frauengeschichten. Juhu. Wirklich fundamental. Das ist der größte Sieg der Germa-Community gegen große Publisher überhaupt. Fuck Sony. Also Sony wurde so richtig auseinandergenommen von 500.000 bis 1.000.000 Spieler weltweit. Ähm. Ja. Es gibt jetzt doch keinen PSN-Zwang für Helldivers 2. Es geht wieder los mit Helldivers. War ja klar. Genau. Nice. Dieser Podcast wurde unterstützt von der Helldivers Reddit-Community. Ich hab das Gefühl, bei dir dreht sich alles nur um Schlafen, Kaffee, Garten, Arbeit, Frauen und Helldivers. Ja, also Helldivers ist halt schon ein Spiel, was mich halt positiv überrascht hat dieses Jahr. So muss man schon sagen. Und, ähm, ja, ne, also, ein großer Sieg, der errungen wurde. Generell auch für die, ähm, Spieleindustrie wahrscheinlich ist es sehr wichtig zu beobachten, was passiert, wenn du eine Million Spieler anpisst, die gelernt haben, über mehrere Monate hinweg zusammenzuarbeiten, koordiniert in den Krieg zu ziehen. Ja, die ziehen dann einfach mal gegen dich in den Krieg, ne, ähm, ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit drei Schüsse in die Luft, bang, 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 ja, keine Ahnung. War lustig, also innerhalb von 48 Stunden, ähm, äh, musste Sony kapitulieren. Aber ich find's ja immer wieder amüsant, wenn, wenn ein Strotti ein, ein Thema nicht so sehr interessant findet und dann seine Reaktion immer, mhm, mhm. Nein, ich hör doch zu, ich hab hier grad nebenbei was, ist was runtergefallen und ich kann's nicht mehr sehen, das kotzt mich grad an, aber ich hör zu. Auch mit, dass die ganze Community dann so, äh, sich zusammenschließt und dass die Publisher dann doch mal einen Arsch kriegen, weil die alle Spiele anpissen. Ich hab schon zugehört. Ich sag ja nicht, dass du nicht, nee, 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 ich sag ja nicht, dass du nicht zuhörst, aber man, man merkt halt, wenn, zum Beispiel, du hast ja am Anfang schon gesagt, so, ja, hm, hell, da, was, hm, hm. Nicht, dass du nicht zuhörst, sondern halt eher so, dass sich das Thema an sich eigentlich gar nicht so, äh, interessiert. Ich muss dazu sagen, ich hör ja trotzdem zu und bin freundlich. Es ist halt einfach nur, ich find das Spiel einfach scheiße, also, und da, ich hab ja auch eh kein PSN, weil ich ja keine Konsole hab, die modern ist, äh, aber dann hör ich halt zu, weil soll ich, wenn ich gar nicht reagieren, würd ich hier sitzen. Hm. So, weißt du, aber so war ich wenigstens. Hm, 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 hm. Weißt du, bin dann freundlich, hör zu, weil das gehört ja dazu. Aber das heißt ja nicht, dass ich alles geil finden muss. Das, äh. Ich find auch Football scheiße und ich hab trotzdem zugehört und hab Fragen gestellt. Also, hallo, hallo. Ja, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Ich mein, ich mein, was ja das Schlimme, ähm, an der PSN-Pflicht ist, ne, über 100 Länder werden komplett ausgeschlossen. Übrigens, Playstation Network heißt PSN, wenn die das nicht wissen. Aber die wissen's wahrscheinlich, die zuhören, aber egal. Die wissen's wahrscheinlich, genau. Oder auch nicht, vielleicht, weil es sind so random, äh, Senioren, die grad einfach drauf zugestoßen sind. Senioren-Socke. Genau, also die PSN-Pflicht halt vor allem für Leute, die einen PC benutzen, ne. Das ist halt so, ja. Ja, was soll man dazu sagen, ne, behindert einfach. Also, bei PSN macht das halt so Sinn, ne. Das ist halt, ist halt noch schlimmer wie das. Ja, es ist halt, es ist halt, es ist überall Zwang, guck mal, jetzt ist es so, dass immer mehr Bankfilialen, kein Bargeld mehr, auszahlen oder Bankautomaten abgeschafft werden, mit dem Zwang, dass alle alles online bezahlen und alles mit Karte bezahlt wird, weil eben ein Rückgang ist. Das Problem, aber es ist genau das gleiche. Du wirst zu etwas gezwungen, obwohl du es nicht willst. Die Mehrheit findet es aber geil und dann bist du halt ein Teil der Minderheit und musst es eben akzeptieren. Das ist einfach dein Problem. So ist es ja überall. Ist ja nichts Schlechtes, dass es, dass man, dass man das, äh, dass es so eine, so eine Art von Entscheidung, Demokratie gibt. Das Problem ist aber bei solchen Themen jetzt als Beispiel, um das nachher, äh, auf deins zurückzuführen. Ähm, du hast einen Zwang, die ganzen älteren Leute, die kein Internet, keine Ahnung haben, die aber alles in bar bezahlen wollen. Ähm, Geschäfte, die einfach zu klein sind, um diese Gebühren, die bei jeder Zahlung mit ihr C-Karte anfallen, zu bezahlen und damit deren Gewerbe kaputt machen und sie dann damit Insolvenz anmelden. Leute, die in den Trödelmarkt, auf den Trödelmarkt gehen und dann kommen so Argumentationen wie, ja, es gibt ja noch Paypal. Ja, aber es gibt auch Leute auf dem Trödelmarkt, die sind 50 und haben keinen Bock auf Internet oder haben irgendwelche, oder du gehst auf den Antiquitätenmarkt, wo ältere Leute stehen, die haben dann kein Paypal und kein Touchscreen-Handy oder du kannst im Geschäft, äh, es müsst du als Geschäft bei Paypal eben als Geschäft anmelden, wenn du Paypal-Zahlungen annimmst und das kostet auch jede Menge Gebühren und das sind nachher das Geld, was dir fehlt. Wenn du es aber in bar annimmst, dann zahlst du natürlich trotzdem Sachen, die du zahlen musst, aber da gehen nicht von jedem Kauf, den du hast, äh, irgendwie, weiß ich nicht wie viele Euros, jedes Mal komplett runter und ich rede jetzt nicht von Mehrwertsteuer und dem ganzen Kram, natürlich gehört das auch dazu, aber das kommt ja nochmal on top. Das heißt, du bezahlst die Steuern und bezahlst nochmal extra Gebühren für EC-Kartenzahlungen oder Paypal-Zahlungen, weil du nun mal ein Gewerbe hast. Und das heißt, die Fritz- oder Stöpgesellschaft. So, und das ist genau das und du hast eben einfach, dann musst du halt einfach akzeptieren, wie es ist. Und das ist, finde ich persönlich auch scheiße. Ich bezahle zwar auch viel mit Karte und mache viel online, aber ich bezahle auch genauso viel in bar. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Conventions fahre, äh, kann es sicher sein, es gibt Kartenlesegeräte, aber 80 Prozent haben, funktionieren nicht, weil dieses fucking Internet in Deutschland einfach nicht funktioniert. Das ist vielleicht erst mal, was wir uns kümmern müssen. Internet für alle und überall, äh, um dann sowas überhaupt zu machen. Und dann musst du mit Barzahlungen machen. Und das macht solche Sachen auch wiederum kaputt. Und dieses, ihr müsst das jetzt so machen, weil die Mehrheit das so will, scheiß auf die anderen, dann müssen nächst alle älteren Leute, andere Leute anrufen, ob die für die einkaufen gehen können, weil die halt nicht mit Karte zahlen wollen. Und das verstehe ich auch, weil in der Vergangenheit und auch ganz oft gibt es Probleme mit Kartenzahlungen. Oder du stehst dann da und die Karte funktioniert mal nicht, weil das Kartenlesegerät im Arsch ist. Und ob du dich reinschiebst oder oben drauf steckst und immer irgendwas abstürzt. Oder du irgendwie sagst, ja, ich bezahle jetzt hier mit Karte, ja, aber ich habe meine Rente noch nicht gekriegt. Hätte ich aber Bargeld gehabt, hätte ich ein bisschen was zur Seite legen können. So hast du aber nur Einblick, wenn du jedes Mal zur Bank rennst. Ältere Leute machen das so, um Kontoauszüge nachzugucken, die aber auch wiederum nicht mobil sind. Das macht einfach alles schwerer. Natürlich muss man sich anpassen. Zukunft kommt und Fortschritt hier und da. Aber es gibt Dinge, die man vielleicht erst dann regeln sollte, wenn anderes funktioniert. Ich bin bereit, nicht mehr Barzahlungen anzunehmen, wenn ich überall, wirklich überall mit Karte zahlen kann. Und das funktioniert nur dann, wenn die Elektronik funktioniert. Und darum müssen sich zuerst gekümmert werden. Und wenn das Internet überall funktioniert. Und dann, wenn wir das erreicht haben, sind wir eh an dem Punkt, dass wir die Generation sind, die eh daran gewöhnt ist, alles so zu zahlen, weil die Älteren dann schon verstorben sind. Dann kann man darüber reden. Aber dieses, ihr müsst das jetzt, wir entscheiden das jetzt, weil es macht mehr Sinn. Und Hü oder Hot, das ist für den Staat, weil wir verdienen dadurch mehr und es ist für alle Beteiligten günstiger, bla bla bla. Aber wir sind noch nicht so weit. Und deswegen finde ich das auch mit diesem PSN, mit diesem Network. Ja, du musst jetzt. Früher auf der Playstation 2 konntest du zwar noch nicht richtig ins Internet, aber du konntest trotzdem schon ein bisschen online spielen. Und da hat das Network kein Geld gekostet. Und dann kam die Playstation 3 und dann ging das nach und nach weg. Und jetzt musst du Geld dafür bezahlen. Geld dafür bezahlen, dass du online gehen kannst und top bezahlst du noch dein Internet, was du zu Hause hast. Plus, du kannst dir die Spiele zwar runterladen, wenn die Festplatte voll ist, musst du dir eine größere Festplatte kaufen, bla bla bla. Weißt du, das ist alles ein Ein-Rattenschwanz und ich finde das persönlich scheiße. Und ich finde das auch ganz gut, wenn die sagen Playstation Network hier oder da, die sollten das, wenn die schon so eine teure Konsole anbieten, mit teuren Spielen, wo du mittlerweile 90 Euro dafür bezahlst, dass die Grafik schön ist, aber ein Spiel vielleicht maximal 20 Spielstunden hat und das trotzdem zu teuer ist und dann ein PSN-Network noch bezahlen muss, plus deinem Internet, finde ich persönlich kacke. Dann sollte man das zumindest vielleicht überlegen, das umsonst zu machen. Und da bin ich voll deren Meinung. Aber das ist halt, Sony ist halt nun mal eine Firma, die halt Geld sieht, weil die brauchen Geld. Aber der Weg und alle so abzufucken und einfach zu entscheiden, wir machen das jetzt einfach so, habt ihr halt Pech gehabt und im Endeffekt vielleicht Spieler verlieren und dann aber sagen, wir wissen nicht, woran es liegt. Das ist halt auch immer so ein Punkt und ich finde es scheiße und ich finde es gut, dass die sagen, wir Spieler, wir schließen uns jetzt zusammen und wenn ihr uns ans Bein pisst, dann verliert ihr uns halt. Und das ist, finde ich, vollkommen richtig so. Und so sollte das bei allem sein, dass Leute aufstehen und das Maul aufmachen und nicht nur im Internet unter einem Kommentar posten und sagen, fand ich nicht gut, weil, ja dann geht doch mal auf die Straße, Leute. Fällig. Oder schließt euch zusammen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ist genau der richtige Weg gewesen. Stehe ich voll hinter den Spielern, auch wenn ich selber nicht zocke, weil es nicht geht. So. Das war ein wunderschöner Abschluss, ja. Korrekt. Abschluss. Okay, das war die Folge. Das war die Folge. Tschüss. Special Episode oder so. Ja, ja. Und was habt ihr so am Wochenende betrieben? Also ganz kurz, ich muss nochmal sagen, der Grimm, der ist unterwegs, der ist bei Mutti und Vati. Und da kam der halt über Discord nur bei seinem Handy, deswegen kann es sein, dass der Ton ab und zu mal so kurz mal so klingt, dann wird er besser wird, weil er so bei Handy läuft, aber bevor wir gar nicht aufnehmen. Ne, Freunde? Ja. Also, was habt ihr am Wochenende gemacht? Genau. Ich hör zu. Genau. Ja, ich hab gefragt. Ja, ich hör zu. Mhm. Kaiser hat nix gemacht, Kaiser hat nur gezockt und vielleicht wird er eine Frau kennengelernt. Ach so, ähm, ja, also ich habe festgestellt letzte Woche, dass ich eine Allergie entwickelt habe. Fünf Jahre lang arbeiten in einem Beruf, wo du mit Pflanzen arbeitest und, ähm, ja, auf einmal kommst du eine Allergie um die Ecke. Willkommen in meiner Welt. Ähm, war echt geil. Also, laufende Nase, grundlos, ne, es hat nicht aufgehört. Ich bin, wo ich lange laufen bin, hast du Spuren von Taschentüchern entdeckt. Nein, Spaß. So Weckwickstücher, so angeschnodderte Tücher waren überall. Naja, also gefühlt halt, ne, ich hab so viele Taschentücher verbraucht, weil das einfach nicht aufhörte. Ja gut, aber die verbrauchst du ja zu Hause auch, ne, das sind zu Hause eher vom PC verbrauchst. Okay, und, äh, ja, am zweiten Tag, als ich dann bei einer bestimmten Pflanze direkt dran stand, da fing es an, die Augen, ne, richtig hart zu tränen und, äh, sie taten weh und sie wurden rot und ich dachte mir nur so, geil, die scheiß Pflanze, die steht an drei verschiedenen Orten auf dem Gelände und an allen drei Orten muss ich vorbei. Aber weißt du denn jetzt genau, wogegen du jetzt allergisch bist, weil du willst ja nicht gegen jede Pflanze allergisch sein, oder? Ja genau, ich bin anscheinend nicht gegen, gegen jede, wenn ich nicht, ähm, als ich dann mal woanders war, zum Beispiel, ähm, jetzt am Samstag, ähm, hatte ich mal vorm Gehölze, also Ilex, ähm, mal zurechtgeschnitten, sauber gemacht. Das ist halt auch eine Pflanze, die viel Pollen, viel blüht und, ähm, war auch eine dabei, die auch, ähm, mit Pollen hatte und so, also ein Blühen war. Da war nix, also bei Heckenpflanzen generell ist anscheinend keine Reaktion, aber bei Ziersträuchern, äh, Blütensträuchern, also jetzt vor allem der Kornus, ähm, Hartriegel. Moment, Kornus, Kornus, äh, Zerikea oder Zericea, ähm, das ist auf jeden Fall so ein seidiger, seidiger Hartriegel auf Deutsch, auch schön. Boah, Alter, wie das, das ist schon wieder so, weißt du, wir hatten die Folge mit dem grünen Daumen, wo es sexuell wurde, weißt du, und dann kommt er mit so Pflanzennamen um die Ecke und will dann, dass wir dabei ernst bleiben und nicht zweideutig denken. Ich mein ganz ehrlich, Hartriegel, ehrlich jetzt? Ja, der heißt's halt so. Also, ganz ehrlich, da kannst du dich auch nicht wundern, wenn Leute sagen, aus deinem Job, mein Gott, ey, was für ein, äh, wie heißt das, salziger Hartriegel, nee, wie hieß das? Seidiger. Seidiger Hartriegel, das ist aber auch so geil, weißt du, wenn du so Charlie und die Schokoladenfabrik als Porno lospackt einen salzigen Hartriegel aus? Ja, oder? So scheiße. So ein schöner, behaarter, nee, komm, also, 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 ich sag mal so, ähm, die Leute, die sich solchen Namen ausdenken, ne, die sind halt wirklich wild unterwegs, ähm, also ich hab jetzt mal einen Wikipedia-Artikel jetzt gerade hier. Ach nee, hör da auf, ey. Ähm, der, ein weiterer Name, den er hat, ist auch weißer Hartriegel und sprossender Hartriegel. Das klingt wie eine Evolution, das fängt mit dem Weißen an, dann sprießt, dann sprießt er, das ist so wie so ein Mensch, der durch Pubertät geht, erst ist da nix, dann kommen die ersten Haare und wenn's ausgewachsen ist, weißt du, der Weiße, dann der Sprießende und dann der Seidige. Alter, was ist so, mit 14, nee, mit 13 ist es noch ein Weißer, mit 16 ein Sprießender und mit 30 ein Seidiger. Oh Gott, ja, ja, ich, äh, toller Job, ey, toller Job. Äh, ich hab die ja nicht erfunden, ne, die heißen einfach so, die haben schon, weißt, ich bin mir auch nicht ganz sicher, also diese Leute, die halt, ähm, diese Namensforschung machen, diese Taxonomie halt, ne, und dann halt diese eigenen Schaften halt, äh, anschauen von den Pflanzen und denen dann die Namen geben. Ich glaube, wirklich, dass sie dabei teilweise Drogen genommen haben, ne, also es gibt halt wirklich Namen, wo du halt, die das durchliest, also wie jetzt zum Beispiel hier mit dem weißen Hartriegel, ne, oder den seidenen Hartriegel. Ähm, also, also, ähm, ja, auf jeden Fall, der Blüthalt, also der Blüthalt wirklich, der hat wirklich mega kleine Blüten, die richtig nah zusammenliegen, können, äh, auch Pollen bildet und, ähm, ich hab bei dem auf jeden Fall ne allergische Reaktion gezeigt, ähm, hab mir dann einmal Allergietabletten von meiner Mutter geholt, dann hab ich bei der Apotheke sauergefährlich. Du darfst nicht einfach irgendwelche Allergietabletten einnehmen, ne, weil das kann auch schlimme Rückwirkungen haben und manchmal kann es sogar passieren, dass man deine Allergie verschlimmert. Du musst auf jeden Fall zum Allergologen gehen und der sagt dann die und die, weil du kannst, es gibt so viele verschiedene Allergietabletten, hab ich ja selber, äh, festgestellt und, äh, das kann auch verschlimmern. Also, ich würde nicht einfach irgendwas einwerfen. Boah, ich hab's mal eingeworfen, das waren halt zwei Stück auf, also einer auf einen Tag und einer dann nochmal auf einen Tag. Ja, würde ich aber trotzdem mal zum Allergologen. Und, äh, ja, und dann war, ich glaub, bei der Apotheke hat man noch was für die Augen geholt, weil am Montag jetzt, mein rechtes Auge war so geschwollen. Das war, also, mein, äh, Baumschulmeister hat gesagt, ich sehe aus, als ob ich aus der Altstadt käme. Naja, also entweder kann man vielleicht da desensibilisieren, aber das dauert halt auch eine Zeit. Aber vielleicht triffst du auch wirklich mit Tabletten oder so, aber die kannst du halt auch nicht immer nehmen, gerade wenn du im Job jeden Tag arbeitest. Ja, ne. Aber ich würde da vielleicht trotzdem auf jeden Fall mal einen Arzt aufsuchen und dem direkt schildern, was los ist, damit der da sagt, okay, das und das kann man machen. Ja. Weil das ist vielleicht nicht so cool. Wenn du jeden Tag damit in Verbindung stehst, dann wird das von Tag zu Tag immer und immer schlimmer werden. Und wenn du dann einfach immer nur Allergietabletten nimmst, äh, ist auch nicht gerade für deine Gesundheit zuträglich. Also, äh, weiß ich nicht. Also ich sag mal so, das Schöne ist, ähm, der hört jetzt auf zu blühen. Ja, dann erst recht, dann Allergologe vielleicht eine Desensibilisierung, weil das ist, musst du machen. Auf jeden Fall, weil das kann sich verschlimmern über Jahre, ne. Das kann jedes Jahr schlimmer werden. Ja, klar, das, also ich mach das auf jeden Fall. Ähm, mach ich auch einen Test, Allergietest auch und, äh. Ja, dann musst du ihm direkt sagen, dass du die und die Pflanze da hast. Ähm, dann können die direkt, äh, machen die vielleicht gar keinen Allergietest, sondern sagen direkt, okay, alles klar. Ähm, das und das. Oder die machen halt speziell nur darauf, auf, nur auf Pflanzen Allergietests. Das ist... Ja. Also... Also was halt, also was da mein Kollege auch gesagt hat, ähm, ist, dass es halt tatsächlich, ähm, ja, ein gängige, ausgängiges Ding halt unter Gärtnern ist, dass man halt gegen Kornus und auch gegen Schneeball, ähm, allergisch wird. Also es gibt nämlich ein, es gibt ja da über 20 verschiedene Sorten von Schneeball oder auch sogar mehr. Und es gibt halt eine bestimmte Sorte an Schneeball. Die ist so abartig, weil die so richtig, ähm, Gott. Ja. Die hat, ähm, haarige Blätter und diese Haare von den Blättern, die fallen runter. Und wenn die runterfallen, willst du nicht da drunter stehen. Ja. Weil das ist mega hart in deiner Augen, die Nase und alles reinkommt. Und es kratzt unheimlich heftig. Wollt auf. Wenn wir darüber reden, fangt bei mir auch wieder alles an. Ich hab genug Allergie, mit denen ich grad zu kämpfen habe. Alle Allergien sind schon was Feines, ja. Das stimmt wohl. Ja. Das ist richtig ekelhaft. Würde ich aber sagen, äh, da müssen wir jetzt mal mit aufbauen. Oh Gott, hier liegt ja überall noch ein Fettigram. Äh, was wollte denn der Grimm erzählen vom Wochenende? Nee. Nee, hör mal, ich hab die Frage gestellt. Du bist jetzt dran, mein Freund. Also, wir haben ja, das hat ja keiner gemerkt, aber wir haben ja letzte Woche nicht aufgenommen, deswegen ist das so. Bei mir gibt's nicht viel vom letzten Wochenende zu erzählen. Ähm, aber von der Woche davor, weil ich war mit der wunderbaren Deutschen Bahn unterwegs. Erstaunlicherweise, jetzt am Wochenende war ich auch unterwegs und man soll es nicht glauben, ich bin pünktlich gewesen und es gab keine Probleme. Zum ersten Mal. Die hab ich abgekriegt. So, das war richtig krass, aber ich hab jetzt festgestellt, äh, früher war das immer so, man fuhr von uns hier los und dann fuhr man bis nach Gladbach oder Viersen und ist da in einen Zug eingestiegen, der dann zum Beispiel nach Köln oder nach Bonn oder, äh, Oberhausen oder so fuhr. Das geht jetzt nicht mehr, denn die kürzten Verbindungen sind, ich muss von hier aus erst nach Neuss fahren, in Neuss umsteigen. Aber in Neuss hab ich jedes Mal, egal welchen ich dann nehmen muss, immer einen, äh, einen Zwischenaufenthalt in Neuss am Bahnhof, wo nichts ist, außer, äh, ähm, von 25 bis 30 Minuten, was ziemlich kacke ist und, ähm, ja, da, aber das hat trotzdem funktioniert. Aber die Woche davor war es so, da musste ich nach, ähm, Dortmund und bin natürlich, musste, wollte um 10 Uhr da sein, weil ich, äh, weil ich da was vorhatte um 10 Uhr und, äh, ähm, ja, bin dann halt dementsprechend früh gefahren und früher bin ich zwei Stunden nach Dortmund gefahren. Jetzt brauchte ich nach Dortmund, also normale Strecke, zwei Stunden 45, genau das gleiche nach Bonn, da werde ich am Wochenende fast, äh, etwas mehr als drei Stunden brauchen, weil ich eine Stunde Aufenthalt im Düsseldorfer Hauptbahnhof habe, totaler Schwachsinn, ähm, aber jedenfalls bin ich mit dem Zug gefahren und dann war ich am Bahnhof in Kaltenkirchen morgens früh, ich war natürlich total übermüdet und will meine Kopfhörer aufholen, Over-Ear mit Kabel, weil das ist, für mich macht das mehr Sinn, ähm, ja, und dann merkte ich, dass dieses Kabel nicht mehr funktioniert, sondern noch so ein Und ich dachte so, oh cool, jetzt habe ich keine Kopfhörer und muss jetzt hier so eine stundenlange Fahrt machen, ohne irgendwas auf den Ohren zu haben und das hat mich schon tierisch angekotzt, ähm, und dann habe ich, habe, kam ich, kam der Zug pünktlich, aber ich musste in Viersen umsteigen und dann hieß es aber in Viersen, der Zug hat schon 20 Minuten Verspätung und ich dachte schon, oh, scheiße, weil ich nämlich von da aus nach Duisburg fahren musste und von da aus umzusteigen, weil es, weil es keine andere Möglichkeit mehr gab, um wenigstens, um dann vielleicht nur 2-3 Minuten zu spät zu kommen, also hatte ich in Viersen die Möglichkeit, mal eben schnell runter in diesen Kiosk zu laufen und zu gucken, ob die Kabel haben, ja, Kabel hatten die nicht, aber die hatten halt Kopfhörer, aber in-Ear und ich bin ja kein Fan von in-Ear, weil diese Scheiße bei mir einfach nicht hält, ich brauche nur einmal nach links zu gucken, dann ploppten die Dinger mir schon raus, ich hasse in-Ear, ich weiß nicht, warum die bei mir nicht funktionieren, aber es funktioniert nicht. Diese scheiß billigen Kack-in-Ear markenlosen Kopfhörerteile haben 12 Euro gekostet, die ich dann aber investiert habe, weil ich sonst noch durchgedreht wäre und dann diese ganzen Gespräche und die Lautstärke in den Zügen, das kotzt mich total an und hab diese Dinger für 12 Euro gekauft, fahr damit nach Duisburg, steck die rein und nach kurzer Zeit, das Kabel war irgendwie, keine Ahnung warum, bei meinem normalen Kopfhörerkabel ist das nicht so, aber ich musste das Kabel immer nachziehen, weil das immer irgendwo hing und mir immer dann am Ohr zu strammen war und irgendwann ist dann passiert, dass mir der linke Ohrstöpsel dann aus dem Kabel rausgerissen war und ich nur noch den rechten hatte, war ich noch angepisster, also wenn mir jemand die 12 Euro geben möchte, meine Paypal-Adresse ist, nein, aber das ist richtig schlimm, richtig zum Kotzen gewesen, dann stehst du da in Duisburg und denkst, okay, nimmst du jetzt diese Bahn und dann kommt erst ein ICE auf dem Bahngleis und fünf Minuten später noch ein ICE und fünf Minuten später noch ein ICE und fünf Minuten später noch ein ICE, ja, weil hier die ganzen Krawatten und Frauen in Blousons wichtiger sind als alle anderen Zuggäste, haben die jeden fucking ICE über dieses scheiß Gleis laufen lassen, sodass unser Zug erst zehn Minuten, dann 15 Minuten, dann 20 Minuten, dann 30 Minuten, dann 45 Minuten und dann eine Stunde zu spät kam, was dann heißt, dass eine Stunde später schon der normale Zug hätte kommen können, der nächste und dann war der auch noch auf dem anderen Gleis, was die uns zwei Minuten vorher sagten, da hatte der dann auch noch mal zehn Minuten Verspätung, so und ich denk mir nur so, cool, also um 10 Uhr bin ich nicht da, Endresultat war, ich war nicht um 10 Uhr da, sondern um halb zwölf und die Rückfahrt, die war dann genauso scheiße und ich denk mir nur so, ey, was ist das? Und in Dortmund hast du normalerweise noch die S-Bahn, glaube ich, die dann genau an der Haltstelle hält, die fährt aber da auch nicht mehr hin, also musste ich irgendwo anders hinfahren und musste dann noch mal 15 Minuten zu Fuß laufen. Junge, ich war so angepisst, ich kam da an um halb zwölf oder beziehungsweise viertel vor zwölf in dem Fall und war so pissig und dachte, ja, damit du heute Abend nicht erst um 22 Uhr zu Hause bist oder überhaupt noch nach Hause kommst, musste ich dann quasi auch um 16 Uhr wieder zurückfahren. Das heißt, ich habe quasi fast keinen Aufenthalt gehabt und musste trotzdem dann so ein teures Ticket kaufen. Oh Junge, war ich da angefressen. Dann die Kopfhörer, ich war so, als ich zu Hause war, so angepisst. Ich weiß nicht, warum die Bahn ihren Scheiß nie geregelt kriegt, ne? Aber es kann doch nicht sein, dass in Deutschland diese Bahn ein Monopol hat. Ich reg mich da jedes Mal drüber auf. Ich könnte den, könnte den, die ganzen Bahnhöfe könnte ich anzünden, ey. So sauer bin ich. Kann verstehen, wenn die Leute in den Zügen ausrasten. Aber dass sie das nicht geschissen kriegen mit ihrem Monopol, dann aber auch noch immer Preise erhöhen und denken, das wäre gerechtfertigt. Und wenn dann Züge ausfallen und du dann dein Geld zurückhaben willst, kriegst du nur einen Teil deines Geldes zurück. Das Restgeld behalten die ohne Grund einfach ein, weil sie es dürfen. Und dann fahren die Züge noch nicht mal und dann kommst du in irgendwelche Kackeländer. Und das meine ich jetzt nicht beleidigend, aber so kleine Kaffs, wo die Züge besser fahren als in Deutschland, wo du denkst, das muss doch klappen. Und die kriegen die es einfach nicht hin. Junge, war ich da angepisst. Das war der schlimmste Tag seit langem. Der schlimmste. Ja, aber das mit den Verspätungen, da kann ich auch ein Lied von singen. Also am Wochenende habe ich eine gute Freundin, eine unserer Zuhörerinnen. Grüße gehen raus. Ja, natürlich. Und ja, die Hinfahrt war schon amüsant. Also ich habe ja prinzipiell immer das Glück, dass ich über Minden fahren muss. Und normalerweise in Minden auch immer Verspätungen kommen. Ja, diesmal ist Minden selber gut gegangen, aber da war dann auf der Hinfahrt, das war es dann Hannover. Das mich dann eine Stunde später erst ankommen lassen hat, weil ja dann beim Einfahren in den Bahnhof auf dem Gleis noch ein anderer Zug stand, der, wie sich dann rausstellte, defekt war. Und ich hatte eine Umsteigerzeit von 18 Minuten. Wir haben eine halbe Stunde noch im Zug gesessen. Bis dann alle rausgelassen wurden, war sehr geil. Und auf der Rückfahrt, ja, bis Minden ist alles gut gegangen. Und von Minden aus bis nach Duisburg. Ja, die Leute, das lag dann allerdings aber auch mit an den Leuten, beziehungsweise teils an den Leuten, teils an der Bahn, wo ich mir denke, so Leute, ihr wisst, auf der Strecke ist immer viel los. Packt noch einen Waggon Minimum dran. Ja, weil die Leute nicht aus den Türen rausgegangen sind, kam dann da auch noch mal eine halbe Stunde Verspätung, wo ich dann in Duisburg dann wieder stand. Also es ist, es macht Spaß, Bahn zu fahren, ja. Ja, das ist wirklich, also ich verstehe das auch nicht. Bei uns ist das ja tatsächlich so ganz oft gewesen, dass wir vor dem Bahnhof direkt eine Bushaltstelle haben und da fahren zwei Linienbusse und die fahren stündlich. Und da ist, da ist dazwischen, ist noch ein riesengroßer Spot frei. Aber wenn Schienenersatzverkehr ist, dann kann der oben nicht an der Bushaltestelle stehen, weil es könnte ja sein, dass der im Weg ist. Völliger Bullshit. Und dann ist die Ersatzbushaltestelle, muss er unter anderem komplett runter, weil wir haben so eine, so eine, so einen kleinen Berg, den man hochlaufen muss, komplett vom Bahnhof runter, dann rechts eine Straße lang, dann nochmal rechts eine Straße lang, fast bis zum Ende vor Lidl, mitten auf der Hauptverkehrsstraße, wo auch die ganzen Holländer langfahren zum Einkaufen, da ist eine Bushaltestelle, wo du immer denkst, das gibt Verkehrschaos, weil davor auch noch Aldi, Rewe und DM sind und dann auch eine Kreuzung mit Ampelsystem. Super scheiße. Und ich habe es voll oft mitbekommen, dass die fünf Minuten, bevor der Zug losfahren sollte, dann fünf Minuten vorher sagten, oh übrigens, der Zug fällt aus, aber es gibt einen Schienenersatzverkehr. Der fährt aber zur selben Zeit los wie der Zug und dann hast du diese Strecke, die du laufen musst, musst du in fünf Minuten schaffen, beziehungsweise in vier, damit du in diesen Bus reinkommst, weil wenn da nämlich niemand steht, fährt der Bus nämlich weiter und hält gar nicht erst an. Und dann hast du eine Strecke von acht oder neun Minuten, die du laufen musst und hast dann aber nur vier Minuten Zeit, das zu schaffen. Und wenn du ein Gepäck dabei hast, keine Chance. Und schön ist dann auch, wenn dieser Linien, äh, die Schienenersatzverkehr, dann kein Schienenersatzverkehr ist, der die Bahnhöfe anfährt, sondern einfach ein weiterer Linienbus, wodurch dann eine halbe Stunde Fahrt dann drei Stunden dauert. Das ist so kacke hier und so scheiße geregelt, aber es interessiert sich halt keiner dafür, weil die Bahn halt alles darf, weil die Monopol haben. Ähm, das ist richtig scheiße. Ja, da ist das dann halt, äh, mal an die, an die Zuhörer, die wir haben, so, wie ihr merkt, es ist nicht die erste Folge, wo wir uns über die Deutsche Bahn, äh, aufregen. Äh, ich weiß nicht, es kommt halt immer Regenmässiger vorher. Aber, aber, was ich für Leute, die Landschaften, beziehungsweise neue Orte, Orte mal erkunden, äh, wollen, was ich empfehlen kann, ist tatsächlich Quettinburg. Da bin ich gewesen. Äh. Sehr schöne, sehr schöne, äh, Stadt, viele Fachwerkhäuser. Dann, äh, ja, Sehneswürdigkeiten, Teufelsmauer, war schon cool. Es gibt auch noch ein, ein Brettspiel von Schmidt, das heißt die Quacksalber von Quettinburg, ein sehr schönes Spiel, Erweiterung dazu, Kräuterhexe und Alchemisten, kann man auch als Package kaufen, auch ein sehr schönes Spiel. Ja, Hexen sind da sehr, sehr begehrt, auch weil Progis wird da wohl groß gefeiert. Äh. Ist ja auch im Osten, ne? Ist doch so, ne? Richtig, ist richtig. So, aber auch, auch die, die, äh, die Kirche da und, und, äh, der Überblick da, also, es war schon, war schon sehr schön, sehr schön. Muss ich, muss ich sagen, lohnt sich. Ja, wer es mag, ne? Ja, man, man kommt halt so rum, wenn man krankgeschrieben ist, ne? So ist das halt. Ja, ja, es, äh, es schon, äh, es schon kann man, äh, hat man, äh, 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 Ja. Ich wollte auch irgendwas gesagt haben. Ich hab's mir vergessen. Was war das denn? Ja, was war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Ja, was war das denn? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist doch gewesen jetzt. Also in unserer Vergangenheit und eurer Zuhörer weit, weit, weit entfernt in der Vergangenheit. Was ist denn gewesen? Gewesen sein, getan, gehabt? Karneval. Nee, nicht so weit. Da sind wir schon dran vorbei. Sag mal so, in den letzten ein, zwei Wochen ist irgendwas hier gewesen, was in unserer Zeitrechnung... Was war denn? Kalender können wir immer. Ich kann das verjähden. Ja, super. Redet ihr mal weiter, vielleicht fällt es mir noch ein. Ich überlege gerade mal. Zieh mich in einen Geisteszustand der Meditation zurück. Einen Moment, bitte. Oh, oh. Da kann nur Unfug bei rumkommen. Ach, leck mich doch. Meditation? Ja, Schrottis, Meditation, ich weiß nicht, also... Shalom, Bier, Bier, Whisky, Fleisch, Shalom, Shalom, Winter, Schlafen, Schöne Frau. Äh, äh, nee, ich... Okay. Whisky. Whisky ist immer gut. Ich kann das verjessen. Ich kann das verjähden. Mensch. Da kackt die Kuh. Ja, dann hör uns um, such dich ein neues Thema. Ja, geht man eigentlich schon als arm, wenn man aus der Schulter wächst. Hat jetzt nichts zu tun, aber ich wollte es einfach mal einbringen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es komplett, komplett verranst. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Hunger. Äh, äh... Dann mach dir mal was zu essen, würde ich sagen. Das dauert ja. Nee, das kann ich doch nicht. Wir müssen ja noch was machen hier, ne? Wir sind ja erst bei 34 Minuten. Wir haben ja noch Zeit. Also, gut, ne, dann abgemacht ist abgemacht, ne? Pass auf, ich habe hier von den Glückskeksen, ich wollte euch ja mal von den letzten Glückskeksen was vorlesen. Pass auf. Für die Leute, die da draußen ein bisschen Englisch können. Ist das so blöd? Okay. Du wirst demnächst sehr stolz auf jemanden in deiner Nähe sein. Englische Übersetzung. Very soon. You will be quite proud of someone close to you. Bis hierhin alles okay. Übersetzung. Top. So, warte. Warte, 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 warte. Ich habe da noch drei. Ihre Argumente zünden jetzt und bescheren Erfolg. Your reasoning is convincing and leads to success. So, okay. Auch noch in Ordnung. Eine Gelegenheit klopft an die Tür. An opportunity will be knocking on your door. Und auf dem vierten. Das fand ich super. Pass auf. Mit viel Fantasie können sie ihrem Liebesleben Glanzlichter aufsetzen. Oh Gott. Übersetzung auf Englisch. Be imaginative in your love life. Ende. Was? Das ist die... Das ist die... Das ist einfach so. Voll der Übertriebene. Mit viel Fantasie... Mit viel Fantasie können sie ihrem Liebesleben Glanzlichter aufsetzen. Englisch. Be imaginative in your love life. Ende. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Das ist mit dem anderen voll Mühe gegeben. Und dann hat der Schreiber sich gedacht. Leck mich am Arsch. Ich sitze jetzt hier seit 200 Stunden in dieser blöden Box fest. Und muss der so beschissene... Ich weiß nicht warum der so einen leichten Berliner Akzent hat. Keine Ahnung. Und muss der beschissene, drecks kleine, auf hier blasene Glückskeks-Dinger schreiben. Ich hab keinen Bock mehr. Ich mach jetzt Feierabend. Komm hier. Bla bla. Fertig. Passt schon. Leg mich am Arsch. Das ist so geil. Ich hab mich weggeschmissen. Vor allem du sitzt da an dem Tisch. Machst was auf. Also. Oh. Ja. Und ich dann so. Ja. Toll. Bei mir wurde sich dann nicht mal mehr Mühe gegeben. Weißt du? Boah. Richtig traurig. Beschreibt mein Leben. Beschreibt einfach mein Leben. Ja. Das ist schon... Hierzu ein neuer Aufruf. Wäre interessant. Schrott. Ach jetzt geht doch noch schon los. Ey. Hör doch auf. Hör doch. Hör doch keiner mehr zu. Schrott. Fieks noch mal. Ah. Es ist schon. Es ist schon. Hört keiner mehr zu. Hast du gesagt. Nein. Wir haben ja unsere. Wir haben tatsächlich. Äh. Muss man sagen. Toi. 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 Äh. Die letzten Folgen. Immer unsere. Circa 30 Stammzuhörer. Die alle sagen. Was sagt denn? Ihr seid ja so witzlos. Nur 30 Zuhörer. Ja. Aber diese 30. Sind immer dabei. Und das ist schön. Weil für die 30. Lohnt es sich das zu machen. In unserer ersten Folge. Hatten wir lustigerweise. 139. Keine Ahnung wo die R kam. Und dann immer in den 30ern. Das ist eigentlich. Wenn man in der heutigen Zeit überlegt. Ein guter Schnitt. Auch wenn es 100 weniger sind. So funktioniert das aber heutzutage. Erst interessieren sich alle dafür. Und dann hast du einen kleinen Schnitt. Der da so zu hat. Finde ich eigentlich gar nicht so. Uncool. Äh. Finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht werden es irgendwann 50. Ich finde das super. Und ich möchte noch mal einen Gruß ausrichten. An Thomas Dommertisch. Der auf der Power of the Force. Mit seinem Imperatomas e.V. Stand. Äh. Für die Kinder gegen Krebs. Spenden. Durch Losverkauf. Eingenommen hat. Von 6545,80 Euro. Und damit. Und damit. Einen neuen Rekord aufgestellt hat. Also Grüße gehen raus. Wenn du das hörst. Wahrscheinlich nicht. Äh. Sachspenden und Geldspenden. Wäre natürlich immer gerne angenommen. Such den gerne mal auf Facebook. Heißt. Äh. Imperatomas. Und. Ähm. Ja. Sehr cool. Sehr geile Aktion. Möchte ich noch mal kurz sagen. Und. Ja. Das wollte ich einfach nur mal erwähnen. Und grüßen. Weil das finde ich sehr cool. Ja. Da haben wir es schon. Da haben wir es schon wieder. Ne. Kalender können wir. Ne. Bei uns war ja jetzt erst. Äh. May the Force. Ja. Das war ja. Power of the Force war eine Convention. Das hat ja jetzt nicht unbedingt mit dem. Mit dem 4. Mai zu tun. Also. Ja. Ne. Aber da kam ich jetzt dadurch da drauf. Entschuldigen Sie. Weil vor allem das Geile ist. May the Force. Und am Tag danach ist Revenge of the Fifth. Revenge of the Fifth. Finde ich super. Ah. Habe ich Spaß dran. Ja. Ist schon schön. Ah. Ja. Das ist schon. Das ist schon da. Ja. Star Wars ist schon was Schönes. Aber das Geile ist dann halt auch immer wieder Algorithmus an diesen Tagen. Und die Tage danach. bei sämtlichen Social Media Dingen verrückt spielt. Und du einen Star Wars Reel nach dem anderen siehst. Also das ist schon. Ja. Also ich muss sagen. Ich habe ja jetzt auch wieder angefangen die Originaltrilogie zu gucken. Jeden Tag einen Film. Ich hatte Bock drauf. Dachte. Ja komm. Guckst du mal. Eigentlich ist es ja. Star Wars ist ja der Überbegriff. Und dann haben die eigene Titel. Aber hier war das immer Star Wars. Kriegt der Sterne. Und alle dachten immer. Dass Episode 4. Star Wars. Untertitel. Kriegt der Sterne heißt. Obwohl Star Wars ja. Als Kriegt der Sterne übersetzt wurde. Weil eigentlich ist Episode 4 ja eine neue Hoffnung. Aber es ist immer wieder lustig. Immer wieder lustig. Und äh. Das stimmt. Aber das tue ich tatsächlich momentan auch. Also ich habe jetzt auch vor. Ein, zwei Tagen habe ich angefangen. Jeden Tag einen Film. Ja. Ich habe tatsächlich nicht mit allen angefangen. Ich dachte so. Ja. Star Wars. Kriegt der Sterne. Eine neue Hoffnung. Wo das mit Luke Skywalker alles beginnt. Habe ich vorgestern mal geguckt. Und da habe ich gesagt. Okay. Reicht ein Film jetzt erstmal so. Für mich. Hatte ich Bock drauf. Wollte ich das längere mal machen. Und dann war wieder so. Boah nee. Doch. Keine Lust. Und dann war der Tag. Jetzt machst du das einfach mal. Und dann gestern habe ich dann tatsächlich einfach gesagt. Ja. Dann kannst du ja jetzt mal. Einfach den zweiten gucken. Also beziehungsweise Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Und ich glaube heute Abend. Weil ja eh nix in der Glotze läuft wie immer. Und ich auch nix halbreich so ein streamen kann. Werde ich mir dann noch die Rückkehr der Jedi Ritter reinzimmern. Das ist glaube ich ne gute. Das klingt am Plan. Oh yeah. Alles gezeichnet. Ja. Ja. Ich meine wenn ich dann denke. Wir müssen gleich noch ne Folge 2 aufnehmen. Und heute sind wir so unkreativ. Dass uns eigentlich fast nix einfällt. Jetzt magst du so rüberkommen. So ja ihr habt ja viel geredet. Aber. Aber. Tatsächlich. Also ich sag mal. Ich sag mal. Boah. Beim letzten Mal haben wir auch zwei gemacht. Und da fing auch erst beim zweiten der Redefluss an. Also vielleicht. Manchmal hat man's halt. Da ist der Wurm drin. Vor allem bei dem Konzept. Was wir hier verfolgen. So und äh. Das ist richtig. Aber wir sind ja auch quasi schon wieder fast am Ende. Das ging auch erstaunlich schnell. Weil wir müssen heute ein bisschen ziehen. Und tatsächlich versuchen. Auf 45 Minuten zu bleiben. Und deswegen fang ich einfach mal an. Mit unserem allseits beliebten. Der Witz der Woche. Hab ich mir jetzt einfach mal so überlegt. Wär geil wenn da so ein Echo drin wäre. Einer nur. Pass auf. Einer nur. Genau Kai so. Einer nur. Wär cool wenn das so. Oh was. Ich muss grad niesen. Stell dir mal vor. Das wäre jetzt mit so einem Hallunterton. Und noch so ein. Der Witz der Woche. Okay. Pass auf. In USA macht der Hund Wurf Wurf. In Deutschland Wau Wau. In Tschechien Haff Haff. In Holland Bluff Bluff. Und in China Brutzel Brutzel. Ach jetzt kommen Leute. Ja. Ja. Pass auf. Nee weißt du. Ich hab. Ich hab einen. Ich hab einen. Den hat den. Da warte ich schon seit letzter Woche drauf. Da ich den. Ja. Aber letzte Woche. Da war ja schon wieder nichts. Ne. Also. Einen Kannibale. Was ist der? Der Menschen. Menschenfleisch. Korrekt. Was ist denn Biokannibale? Nochmal. Hab ich jetzt nicht verstanden. Was ist denn Biokannibale? Biokannibale? Der isst nur Veganer. Nee. Nonnen. Die sind ungespritzt. Alter. Oh Gott. Was? Oh Gott. Ja. Ich versteh den. Ich versteh den. Oh Gott. Ja. Kaizo. Du bist dran. Einen. Ja. Okay. Ding Dong. Guten Tag. Wir sammeln fürs Kinderheim. Haben sie etwas abzugeben? Kevin. Justin. Kommt mal her. Hab ich sogar zwei abgegeben. Ja. Das Witzige ist. Den kannte ich schon. Ich hätte schön können. Herzschule erzählt. Aber naja. Okay. So ist das Leben. Und bevor das hier weiter ausartet. Merke. Man sollte im Altenheim keinen Lastkipp sehen. Alter. Einen. Kaizo. Einen. Einen. Nein. Okay. Okay. Bevor das hier weiter ausartet. Möchte ich mich wie Jochen Busse verabschieden. Ja. So eine. Bekannt. Bekannt. Liebenswürdige Art. Und sage. Und sage. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie ihr weiter zuhören werdet. Und gerne. Erzählt es euren Freunden. Und lasst auch gerne sonst einen Daumen nach oben da. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschö. Und abonnieren nicht vergessen. Däumchen mit Däumchen. Tschö. 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 Mit Ö und so. Tschö. 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 Tschö.